ich würde sagen dass es der richtige Ausdruck ist, weil kein Fleisch ist, weil ein Fail. Ihr habt ja eine Schildwolle bekommen. Und Fleisch. Boah, schon wie... Ach, diese Mistviecher! Nee! Ich... Ein Überall! Ist doch unschön, ist das doch! Nee! Könnt ich aber in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Naja, ich suche jetzt nur nach drücken, wo ich Leute irgendwie entlocken kann, was in die Kommentare zu schreiben. Warum? Einfach nur so. Weil das ja ein... Das Funksspiel! Und ich, äh, ich spiele euch was vor ist. Ähm, von hier komm ich doch nicht... Äh... Mal was... Äh... Klare mich nicht von links? Geht mal weg... Jaaaa... Ich brauch wieder Fleisch... Oh! Ich hab viel Fleisch! Das ist schön! Sehr viel Fleisch! Hä? Ich... Also... Ach so... Ich verstehe hier gar nichts mehr! Jaaaa... Die Dinger lasse ich da jetzt auch mal alle liegen... Ich... Okay, dich lass ich nicht! Oh, Fleisch! Jaaa... Fleisch leg mich ab! FLEEEEICH! Ab und zwar sind wir hier... Und... Spreng! Und... Spreng! Und... Nein, so weit kannst du nicht springen! Ich seh das zu schuld! Ähm... Moment... Geh weg! Kann ich das da runter schieben? Ja... Ja... Ich kann... Ich muss glaube ich... Hast du was gemacht? Na komm her! Fügig! Was? Wo ist da denn Wasser? Wo ging es da denn jetzt? Äh... 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 Ne Leute... Sooo... Nicht... 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 Ach jetzt? Ich reg mich nicht auf! Ich reg mich nicht auf! Nein, nein... Ähm... Komm ich da jetzt wieder rüber? Oh... Schlimm Glück! Mann! Das ist ja ne... Pfff... Stelle! Auf die Kante durch! Okay! Okay! Erstmal das Spiel speichern! Erstmal den Checkpoint hinsetzen! Was wenn wir drauf gehen? Die wieder hier 11 setzen! Ich hasse euch! Bist mich ja! Erstmal ein Spiel speichern! Ich will aber gern noch mal... ...zudrück... ...durch die anderen... ...nach einfach gehen! Kennenlernen! Pfff... Natürlich! Setz auf den Felsen, wo ich hier los einem hatte! Das ist ne super Idee! Achso! Jetzt komm ich! Ich hab's so geahnt! Ich hab das! Ja gut! Ich weiß, was wir drüben! Und... Ne... Ich find das so ein Spiel! Komm! Äh... Ich hasse es! Ja gut! Dann geht's halt nicht mehr rüber! Dann hab ich den Weg vergeigt! Du warst vorher nicht hier! Wie viel hältst du denn aus? Och ist was schön hier! Mhhh... Mach das! Jeeeee! Klappe! Warte mal! Ich könnte sie auch einfach mit Steinen abwerfen! Oh! Das dauert mir echt nicht! Ja ja! Die Wirkung des Rings hält nur begrenzt! Das ist eigentlich ein... ... ...schlecht, aber Staudet in dem Gebiet neu! Jaaa! Ah! Ah! Dungeon Master! Ah Gott! Die Gegner sind eindeutig zu stark! Oder ich bin eindeutig zu schlecht! Oh! Das Reihenselbstschutz mache ich hier mal ein bisschen Ringen an! Weißt du halt, ich muss nicht gegen euch kämpfen! Ganz ehrlich! Nein! Nein! Oh! Ne! Was fällt dir ein nach mir zu schlagen?! Was fällt dir ein nach mir zu schlagen?! Gut, und wo muss ich jetzt noch? Ist das eine Höhle? Hallo? Ah ja! Sag mir nicht, die haben mich wieder hier irgendwo lang geschickt, wo ich nicht hinmüsste! Also... Nee! Achso! Durch dieses Gras kann ich ja... Stimmt ja! Hm... Ist das ehrlich? Ist ja überhaupt nicht verberend gewesen! Eine Fiole voll Wasser, das ist ja sehr schön! Ah, die Ratten nehmen rein! Zwei auf einen Streich! Steine! Geld! Ja! Wozu brauche ich eigentlich das Geld? Das habe ich jetzt auch immer noch nicht gerafft! Ähm... Ich gehe erstmal... Nee, ich möchte noch unten! Was ist das hier? Achso, nach unten geht's gar nicht! Ja, dann gehe ich weiter... Ja, 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 ja... Und nur nach 16 HP... Natürlich erwischt du mich! Natürlich! Wie sollte das denn noch anders sein? Mein Gott! Ich habe so... Nee! Aber was kommt bei uns denn da? Höhle? Oh, f***t euch! Ja! Ich entscheide mich für die... Alter, f***t euch ins Knie! Alter, mach ich jetzt mal hier einen auf Gärtner! Hä? Ich gehe überhaupt tot! Okay, laufen, 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 laufen! Ach, lass mich mal nachdenken! Lass mich mal gaaaanz kurz nachdenken! Ach, ich habe so eine Vermutung! Und zwar, dass wir das Ding da kaputt machen müssen! was ist das Ding da kaputt machen! Oh, das ist das Ding da kaputt gemacht! Ich sollte jemals... Okay, anderer Versuch. Und sonst bin ich mit meinem Lattein im Endeffekt. Ja, das macht einen Schaden. Einfach ausweichen. Hey, das muss ja irgendwann mal kaputt sein. Ich schätze mich da vor, du bist Ding. Äh, geht das noch überhaupt kaputt, oder... ...bevor ich kaputt gehe? Okay, ich muss mich grad konzentrieren und so klappere ich jetzt mal hier nicht so viel. Weil ich das grad nicht so ganz verstehe. Kann ich da rücken? Oh, man! Oh, es ist leer! Oh, ist das schön! Okay, a new try! Und zwar... Ich da... Ich kann da auch nicht rüberspringen. Aber... ...und zum Nahzeug. 50 für extra... Ach so! Dafür sind... Ja, lesen kann das so schwer im Vorteil. Oh, ich sag's nicht. Aber ich verstehe jetzt immer noch nicht das Prinzip. Okay. Ich verstehe nur das Prinzip, dass die Viecher mich töten wollen. Aber ich verstehe nicht, dass das hier drin ist. Hey! Äh, ja, er lässt mich nicht mehr raus. Das ist eine super Idee. Wieso schlägst du nicht mehr? Bitte. Wieso schlägst du nicht mehr zu? Ja, kleiner durch. Du sollst auch zuschlagen, ist dir klar, hoffentlich. Er schlägt nicht mehr! Was ist hier los? Ach so, weil ich im Schleichmodus bin natürlich. Oh, ich bin ja so ein Held. Ach... Lass mich raus! Aber es werden ja immer mehr. Ich kann die ja nicht besiegen. Ich komme ja immer wieder. Ich möchte ja ra... Okay. Ey, was soll... Ich komme ja auch gar nicht raus! Nee! Ich habe ja schon keine Lust mehr. Oh! Nee! Ich habe so keine Ahnung, was ich machen muss. WTF! Ich habe jetzt die Schlinge mit Steinen probiert. Ich habe das Ding damit bearbeitet. Ich habe Schwärmer. Rüberspringen kann ich nicht. Ich habe den Ring, der macht mich nur unsichtbar. Bringt mir hier aber nichts. Ich habe Nahrung. Super. Ich kann sie ja noch füttern. Ich... Ich habe kleines... Ja, Elbenwasser. Kann ich nicht schmeißen. Ich habe... Die Steinschlinge.